Egal, ob man gerne puzzelt, Serien schaut, mit Modelleisenbahnen spielt oder Sport treibt, die meisten Hobbys haben eine Sache gemeinsam. Man versucht nicht die ganze Zeit, alle anderen Menschen davon zu überzeugen, dass auch sie unbedingt diesem Hobby nachgehen müssen, weil es ja nicht nur das beste Hobby aller Zeiten ist, sondern auch noch die Richtung, äh, die Rettung unserer Gesellschaft. Anders bei liberalen JournalistInnen. Sie müssen ständig, überall von ihrem Hobby erzählen. Mit Rechten zu reden. Mittlerweile sind wir vielleicht ein bisschen darüber hinweg, weil sie in letzter Zeit ein neues Hobby gefunden haben, nämlich über Cancel Culture und Identitätspolitik zu schreiben. Dennoch scheint mir diese düstere Phase der deutschen Zivilgesellschaft, in der alle mit Rechten reden wollten, noch nicht wirklich aufgearbeitet. Immer wenn mal wieder eine Gruppe Nazis in der Polizei aufliegt, lese ich in den nächsten Tagen die Zeitung nur mit Beklemmung, weil sich auf jener nächsten Seite ein ausgiebiges Interview mit den Betroffenen, also den betroffenen Nazis, befinden könnte. Nun lässt sich aber dieser Wunsch der Mitte, unbedingt mit Rechten ein Pläuschchen zu halten, nicht einfach erklären, indem man die BefürworterInnen dieses Hobbys fragt, warum sie das denn gern machen. Vielmehr scheint die stetige Erklärung, warum es denn so toll sei, Teil des Hobbys zu sein. Zum Glück ist vor kurzem ein Sammelband im Verbrecher Verlag erschienen, in dem Christine Kirchhoff eine These entwickelt, was es mit diesem bergwürdigen Hobby, das die Gesellschaft im Sturm erobert hat, auf sich haben könnte. In ihrem Text Gefühlsbefreiung bei Proxy zur Aktualität des autoritären Charakters zeigt sie, woher die enorme Lust kommt, sich die Geschichten von Nazis anzuhören. Herzlich willkommen zu Feine Welt. Kirchhoff beruft sich in ihrer Untersuchung, genau wie die meisten anderen AutorInnen des Sammelbandes, auf Theodor W. Adornos Untersuchung zum autoritären Charakter. Ein Ausgangspunkt seiner Analyse war, dass das ideologische Denken nicht zu verstehen ist, ohne die Negativfolie eines potenziell vernünftigen und auf gewisser Weise auch objektiven Denkens. Nur wenn man unterstellt, dass die Welt tatsächlich ja so und so ist, kann man verstehen, warum manche Menschen die Welt anders sehen. Um etwa zu verstehen, warum so viele Pegida-MitläuferInnen so einen Hass auf Flüchtlinge empfanden, weil sie dem Staat angeblich Unsummen an Geld aus den Taschen zogen, braucht man gleichzeitig die Einsicht, dass das für die Flüchtlinge ausgebende Geld nur ein Bruchteil dessen ist, was dem Staat zum Beispiel durch Steuertricks von Reichen jährlich gestohlen wird. Tut man dies nicht und versucht solche Aussagen spontan, also ohne größeren gesellschaftlichen Kontext zu verstehen, besteht die Gefahr, das Ganze für irgendwie gerechtfertigt zu halten. Denn natürlich gibt der Staat viel Geld für Flüchtlinge aus. Erst im richtigen, objektiven Kontext wird klar, dass es gar nicht so viel Geld ist. In den eigentlichen Studien untersucht Adorno dann unter anderem die Propagandareden des faschistisch-christlichen Predigers Martin Luther Thomas. Bei ihm stellt er unter anderem den Gefühlsbefreiungstrick fest, der uns nicht unbekannt vorkommen sollte. Er zeigt, welche Funktion es hat, wenn der Redner scheinbar spontane Gefühlsausdrücke zeigt, also plötzlich sehr wütend wird, mal herumlacht oder einen unangemessenen Witz erzählt, der ihm spontan eingefallen ist. Dabei geht es laut Adorno darum, dem Publikum das Gefühl zu geben, dass auch sie sich nicht um Selbstdisziplin und Zivilisiertheit zu kümmern bräuchten. Stattdessen sollen auch die einfachen Menschen ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Für Adorno kann dieser Trick nur funktionieren, wenn die Gesellschaft den Menschen zwingt, sich mit ihr zu identifizieren, um sie zu ertragen. Das heißt, der Einzelne ist real, völlig ohnmächtig und könnte die ganze Scheiße, die er erlebt, nicht aushalten, ohne sich auf irgendeine Weise mit ihr, das heißt mit der Scheiße und der Gesellschaft, zu identifizieren. Wenn man etwa von den Unsummen hört, die von den reichsten Unternehmern durch ausgeklügelte Tricks dem Staat und den ArbeiterInnen aus den Taschen gezogen werden, wäre es objektiv richtig, zu verstehen, dass dieses Verhalten gegen das eigene Interesse ist. Das würde das eigene Leben aber nicht einfacher machen. Um also weiterzumachen wie bisher, entwickelt der Mensch den psychologischen Abwehrmechanismus der Identifizierung. Identifiziert sich also mit seinen Feinden. Im Falle der Kamex-Skandale nimmt das dann etwa die Form an zu denken, na gut, wenn ich in der gleichen Position wäre, dann hätte ich sowas ja auch gemacht. Diese Identifizierung ist für Adorno dabei ein Ausdruck der Schwäche des Ichs. Es ist also bei der Gefühlsbefreiung, zu der ein der Propagandenerredner verleitet, nicht so, dass diese scheinbar spontane Gefühlsäußerung denn ein Ausdruck des wahren Ichs, das nicht mehr beherrscht ist, von den gesellschaftlichen Anforderungen wäre, sondern in Wahrheit ist es ein Ausdruck der Unterwerfung unter den Redner. Man lässt ihn kontrollieren, wann man seine Gefühle äußert und wann vielleicht auch nicht, statt sie als starkes Ich selbst zu kontrollieren. Nun, was hat das denn nun alles mit dem Lieblingshobby der bürgerlichen JournalistInnen zu tun? Christine Kirchhoff beschreibt in ihrem Essay, wie bürgerliche JournalistInn dieser Gefühlsbefreiung und diesem Kontrollverlust nicht direkt selbst nachgehen. Dafür sind sie dann in den meisten Fällen doch noch zu anständig. Stattdessen genießen sie es aber, mit denjenigen zu reden und sich mit denjenigen dann psychologisch auch zu identifizieren, die diese Gefühlsbefreiung walten lassen. Dabei geht es dann darum, den Leuten zuzuhören, wie sie rassistische Witze machen, von ihren ekstatischen Erfahrungen bei Pegida berichten oder eben erzählen, wie sie als kleine Gruppe den Reichstag gestürmt haben. Dabei ist diese Form von Lust nur möglich, weil sich die JournalistInnen selbst auf der sicheren Seite wählen. Sie sind in den meisten Fällen nicht diejenigen, die unmittelbar von Neonazis und ihrer erwünschten Politik bedroht sind, höchstens in ihrem Beruf, aber nicht als Person. So können sie diese Gefühlsbefreiung, der sich die Nazis offen hingeben, einfach an sie delegieren, während sie selbst weiterhin auf dem hohen liberalen Rost sitzen, nur Beobachter zu sein und alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Dabei ist es schön und gut, wenn die JournalistInnen diesem Hobby einfach privat nachgehen würden. Aber leider wird das auch noch gedruckt und gesendet. Und das leider nicht kleine Publikum dieser Kolumnen und Reportagen ergötzt sich ebenso an dieser Gefühlsbefreiung, bei der, Zitat Christine Kirchhoff, zwar nicht unmittelbar, zumindest noch nicht selber zugeschlagen, aber Ähnliches genossen wird. Die Alternative besteht darin, wirklich die Ursachen zu verstehen, die dazu führen, dass jemand alles auslöschen möchte, was nicht in seine Welt passt. Dafür müsste aber von Anfang an klar sein, dass es sich bei dieser Ideologie nicht bloß um ein falsches, aber vielleicht doch irgendwie lehrreiches Bewusstsein handelt, sondern um ein wahnhaftes Weltbild. Slavoj Zizek drückt das immer so aus, dass die Eifersucht des Ehemanns immer noch pathologisch wäre, wenn seine Frau ihn wirklich betrügen würde. Genauso ist es auch das Weltbild der Nazis und Querdenker und VerschwörungstheoretikerInnen. Es ist pathologisch, selbst wenn Juden und Jüdinnen die Welt wirklich kontrollieren und lenken würden und die Flüchtlinge wirklich ein Smartphone geschenkt bekämen. Das Einzige, was wirklich gegen den Rechtsruck helfen würde, wäre den Menschen zu befähigen, seine eigene Ohnmacht zu akzeptieren. Denn gerade aus der Abwehr dieser Einsicht in die eigene Ohnmacht entsteht ja die Projektion und Identifizierung mit dem Schlechten. Nur ein starkes Ich, das fähig ist, die eigene Belanglosigkeit in dieser Welt zu akzeptieren, kann es schaffen, die Welt zu greifen, wie sie ist. Denn ganz real spielt das Individuum in der Gesellschaft keine Rolle mehr, gerade weil unsere Wirtschaft eine so vereinzelnde ist. Ansatzpunkt für den Kampf gegen Rechts wäre daher die Erziehung, weil sie die Voraussetzung schafft, ein starkes Ich zu entwickeln, dass er auch mal gegen sich selbst arbeitet. Das würde aber bedeuten, dass LehrerInnen sich mit der eigenen Ideologie auseinandersetzen. Gerade die ganzen linksliberalen LehrerInnen, die meinen, auf der richtigen Seite zu stehen. Denn die Gefahr lauert darin, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, irgendwie gegen Rechts zu sein. Denn dieses Bauchgefühl kann sich auch schnell drehen und wenden. Stattdessen braucht es Theorie, die gegen dieses Bauchgefühl arbeitet. Und LeserInnen, die auch gewillt sind, gegen ihr Bauchgefühl anzulesen und anzudenken. Diese Theorie ist aber etwas ganz anderes, als das dümmliche Hobby von JournalistInnen, mit Rechten auch mal ein nettes Pläuchchen zu halten oder einen Waldspaziergang zu machen. Denn tatsächlich, Psst, Geheimnis, braucht man gar kein Nazi an seiner Seite, um mal einen schönen Waldspaziergang zu machen. Und jetzt geht es zum Beispiel.